Moin Leute da sind wir wieder mit einem neuen Video zu einer Steel MS211 Bauwehr 2012. Ich habe die Säge bekommen weil die nicht richtig läuft. Ich habe die auch laufen lassen die lässt sich nicht einstellen gar nicht. Startet zwar gut wenn sie kalt ist aber wenn sie warm ist nachher läuft sie überhaupt nicht und ich werde jetzt einfach mal den Vergaser mir genauer angucken Ultraschallreinig. Ich würde sagen auf geht's! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020